Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Düsseltal. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 120 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.990 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Die Wohnung befindet sich in Wunschung.